Skaten ist ein Stück weit Freiheit für mich. Also durch die ganze Arbeit und so weiter hat man ja viel im Kopf und wenn man auf dem Board steht, ist halt alles raus. Also man skatet und fühlt sich einfach ein Stück weit frei. Seit 16 Jahren mache ich das ungefähr. Kiten, Surfen, Snowboarden ist auch noch so. Also das Kiten und Surfen habe ich jetzt vor vier Jahren angefangen und ja Skaten halt. Ich habe das einfach mal so gesehen von ein paar Leuten, die irgendwie auf der Straße rumgescaten sind, einen Olli gemacht haben. Da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Das war dann irgendwie mit 14 das erste Mal und es hat dann nicht richtig geklappt. Da habe ich aufgehört. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit 16 irgendwann in Winsen an der Berufsschule so den ersten Kickflip gemacht habe. Und von da an ging es so richtig los. Seit 14 Jahren ist alles wunderbar. Und das Einzige, was mir wirklich mal passiert ist, ich bin bei so einem Hardflip umgeknickt. Da bin ich aufgekommen und bin mit dem Fuß umgeknickt im Krankenhaus. Dann haben sie es auseinandergenommen. War aber alles in Ordnung. Also da gab es bisher nichts. Das Einzige, was mir beim Surfen passiert ist, da ist nämlich eine Finde direkt hier in meine Nase und dann war der Nasenflügel weg so fürs Erste. Und dann wurde dann wieder zusammengenäft. Dann sieht man das hier auf der Seite. Und halt hier oben mal was. Aber das ist nur beim Surfen passiert. Man hat schon irgendwie auch mal eine Gänsehaut, wenn man einen schönen Trick gestanden hat. Das gibt es definitiv. Für mich gibt es nichts Besseres.